Hey Leute, und herzlich willkommen zu Dinge, die mich irgendwie unnormal nerven, Part 1. Das erste ist schon diese Kacke. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht mehr lesen kann, ist... Ja, okay, besuhigen wir uns. Nö. Die zweite Sache ist, dass ich einfach kein Format durchziehen kann. Es gibt gefühlt kein Format, wo es eine zweite Part gibt. Wieso? Jetzt kommen wir zu einem meiner Favoriten. Ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber irgendwie, es fackt ab, meine zuletzt benutzte Emojis. Ja, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das nervt übelst. Ich benutze ganz viele verschiedene Emojis, und die sind immer in meiner zuletzt benutzten Emojis. Aber wenn ich ein Emoji, so ein, irgendein random Emoji benutzen muss, dann, dann macht es alles kaputt. Das sind gerade meine zuletzt benutzten Emojis. Es sieht noch okay aus, aber was hat dieser Gespinst damit zu tun?